Keine Sorge, das sind normale Typen wie du und ich. Echt komisch. Die haben mich noch vor zwei Minuten angerufen. Mann, wirklich süß. Pass auf. Risky Devil Hubschleisch, ihr seid erledigt! Okay, okay, ich geb auf. Das war Kuxi. Oh, wirklich? Mit Schweinemasken. Was sagt ihr dazu? Ehrlich? Du bist die auserwählte Pizzaschneiderin, was sonst? Das sind die Jungs, die du treffen solltest. Was geht ab, Kumpel? Ich kenne deine Moves, du Killer. Echt, Barbara? Ja, aber wenn du dich mit den Jungs anlegen willst, brauchst du mehr Respekt. Komm schon, verboll deinen Schlitten. Demolier ihn richtig. Drehe ihn hoch und zeig's den Reifen. Bist du bereit für sowas? Gib her. Setz dich.